Hallo, meine Löwen. Happy Birthday. Du kommst nicht, oder? Papa muss noch ganz kurz auf der Arbeit was machen. Kannst du die Katze für mich abholen? Geschenk für Leonie. Zwiebel? Du hast doch keine Katze. Fickt euch. Dank an deine Strategie. Bleib defensiv. Toll, wie das war's. Ich kann jetzt nicht, ich hab einen Kram. Mina beantragt das alleinige Sorgerecht. Entweder du bist bis um 6 Uhr hier, oder ich sorg dafür, dass du meine Tochter nie wieder verletzt. Du hast eine Stunde. Der Typ muss kämpfen, sonst sind wir alle am Arsch. Tino hat 75.000 auf dich gesetzt. Mich verletzen. Hey. Bist du disqualifiziert bist, können wir das Ganze noch rumreißen. Ich hab die weggeboxt. Wen hast du weggeboxt? Alle. Alle. Alle! Das ist sehr größer, als du denkst. Wenn du willst, dass Leonie es besser hat, dann rennst du nicht weg. Das ist nicht mit ein paar Kämpfen erledigt, Mann! Hey! Ich hole nur ne Katze ab. Es ist zu. Es ist 7 versechst. Auf deiner Uhr vielleicht! Auf! 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 õ